Wir möchten die Bevölkerung darum bitten, aufmerksam zu sein. Und alles zu melden, was verdächtig erscheint. Irgendwer da draußen kennt diesen Mann. Entschuldigung, Jim. Langweilig dich etwa? Nein, es ist nur... Das hier sind Neuigkeiten, voll Idiot. Waren mir sicher, Sie würden sich nicht die Mühe machen, aber was sehe ich? Zwei von Manchester ist das Beste. Hallo, ich bin Detective Satch. Hallo, unhöflich. Soll das eine Drohung sein? Ich denke schon. Was wissen Sie? Ich war im Halbmond. Ich habe mir einen runterholen lassen. Als hätte sie irgendeine Missbildung oder sowas. Eine Missbildung? Ein Schwanz. Das war's, der kommt hier nicht raus. Wer von Ihnen hält dieses Risiko für sexy? Sie ist verschwunden. Sie wollte einen Freund. That's special someone. Ich lasse es langsam angehen. Soll sich ein bisschen Mühe geben. Und der Ball rollt schon. Schließen wir die Sache ab. Alpha? Das ist nicht witzig. Kathy? Wir wurden verarscht. Ich will den Helikopter, ich will die Hunde. Und zwar jetzt gleich. Nächsten links werde ich ihm den Weg an. Fuck. Niemand wusste, wo Kathy war. Nur die, die wir informiert haben. Die Männer, die sie beschützen sollten. Wenn du wissen willst, wo ich war, frag einfach. Knüffeln Sie mir hinterher, will? Dreck. Dreck. Säen. Dreck. Säen. Untertitelung. BR 2018